Jetzt grieße ich meine Ausrichtung. I'm ready. Essential. Go! Oh, das war der Nummer 81. Ja, vor der Seite gibt es heute eine Nummer. Das war der Nummer 200. Sie sind auch bereits am Einstieg. Die Nubler mit der schwarzen Seite ging es weiter nach 23. Da würde ich sagen, wir fern gehen. Ganz erst gegen die Schoenküppel. Ich hab dir noch gesagt, kippt um. Und wenn wir noch 24 sagen, auch schon mal Ego war bei der Reise, dann hat der Ringgau zu reißen Seite. Da begrüßen wir dann bei nächsten Seiten den Peter noch das Peter-Mädchen, die Schreis und die Verdachteten gehen das BRC-Team 1. Wir sind nass. Da. 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 Stopp. Geil. Das war geil. Bringt euch das Fahrradkorn. Intention. Go! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und ich wollte gerade nur sagen, jetzt haben Sie das Schild in der Familie, jetzt haben Sie das Schild in der Familie gebracht. Tja, das kann's auch. Na Jus, Gott sei Dank sind Sie jetzt nach dem Hut nur umgekippt. Na, also haben wir jetzt freie Waren für das Rennon 24 der Bettermenschen-Express gegen das WM 501. Sie werden doch schon langsam kalt im Boot. Der Schandenseite wird sich erst mal viel Spaß bei Ausstattung. Dort geht es dann weiter mit dem Rennon 25, die Ostfall-Dragons gegen den Freien Turtles. Sie werden dann erst hier auf der Seite auf der Weißen mit dem Rennon 26 Ballegift mit der CD Dreh 1 und die Stadendarm-Dragons gegen den Torben-Express. Alle Zulässerinnen 24 der Bettermenschen-Express gegen den WM 501. Drei. Herr Frey ist eigentlich zu sehr aufgekühlt jetzt. inquIEC we located, chainen Abdeln schießt hier es